Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Immobilierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 36 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 750 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020